So, Freunde, wir sind nach ziemlich langer Zeit mal wieder da. Ähm, ich hab einen neuen, äh, Prozessor drin, alles mögliche, und ich bin nur noch am streamen, sei mal kurz still, wenn ich rede, was soll'n das? Aber, well, es ist nur so viel, was jeder mit Kahn-Sup und Pferdrehen kann, äh, ist das dein Ernst? Ja, sie will mir grad erklären, was hier abgeht. Gut, jetzt, weg, shh. Ähm, ja, Leute, mann, das ist doch nicht ihr Ernst. Ist das dein Ernst? Und er sagt, wir könnten so eine Dorm-Room oder so, um mehr Platz zu bekommen. Wie viele Leute habt ihr hier? Ich denke, ihr habt nur über alle kennengelernt. Äh, Leute, ich, 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 ja, ich erzähl' euch weiter. Sie sind nicht nur für Zütteln, ich denke. Wir haben nicht gehört, sie sind nicht in einem Moment. Es ist so, wie fühlst du dich? Wie, dass jemand einen Weed-Wack in meinen Kopf genommen hat? Wir haben vielleicht etwas hier für die Schmerzen, aber ich bin mehr über diese Fieber. Das könnte ein Zeichen der Infektion sein. Wir müssen den Dr. Hansen rauskommen. Leute, ist das eigentlich zu laut hier? Hört man mich vernünftig? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Ich mach mal ein bisschen leiser damit, wegen Sprechen und so, ja. Damit ihr mich besser versteht. Das ist doch ziemlich laut, oder? Moment, mal ein Stück runternehmen, wir machen mal Hälfte. Damit ihr mich ja auch versteht, weil, äh... Und zwar habe ich mir einen Prozessor gekauft und so weiter. Und bin fast nur noch am Streamen. Also, ähm... Ich schreib den Link nochmal rein, wenn ihr das mal gucken wollt. Meine Streamingzeiten stehen auch offline da. Damit ihr wisst, wann ich streame. Gut, okay. Deswegen bin ich auch kaum online. Jetzt krieg ich gleich eine Einladung hier zu Counter Strike. Da geht's schon wieder los. Ähm... Wir wollen jetzt auch nicht Counter Strike spielen, wir wollen State of Decay spielen. Und mittlerweile ist es dunkel geworden. Wir sind jetzt im dritten Part. Äh, die Computersteuerung wurde jetzt schon, äh, länger, glaube ich, angepasst. Weil es war ja vorher diese Xbox-Steuerung. Die aber trotzdem mit Tastatur funktioniert hat. Aber total verwirrend war. Ich hoffe mal, dass es jetzt ein bisschen besser klappt. Was war jetzt eigentlich unsere Mission? Äh, Folge Lilly. Wer ist Lilly? Du bist Lilly? Begleite Lilly. Folge Lilly. Achso! Ach ne, die ist ja dahinter gelaufen, ne? Diese Quassel-Trippe hier, die mir immer dazwischen geserwartet hat. Meine Maus ist anscheinend zu schnell eingestellt. Für dieses Spiel. Wartet mal, wo ist denn die Hingang? Ist die nicht hier irgendwo? Vor allem ist es jetzt dunkel. Ich hoffe, ihr seht auch ein bisschen was. Sieht alles zu dunkel aus bei mir. Grüß, Pastor! Komm mit, den teilen wir rückenfrei. Ach, den kann man mitnehmen, okay. Kann ich das ein bisschen heller stellen? Ist doch ganz schön dunkel, oder? Auflösung, Vorsinn, Gamma. Komm, wir machen Gamma volle Kanne. Ja, so ist doch. Schon viel besser. Ich wollte dich nicht von deinem Freund erwähnen, aber das Fieber ist ein schlechtes Zeichen, vor allem nach einem Biss. Passo will versuchen, Doc Hansen herzukriegen, damit er ihn sich ansieht. Ja, unser Kumpel wurde ja gebissen und ähm, der wird sich wohl ins Zombie verwandeln. Jesus, Lily! Er ist nicht ein rabbser Kumpel. Nichts verstehst du das? Mehr von uns haben wir es nicht gemacht, als wir es haben. Wir können uns nicht so leichter sein darüber. Nicht mehr. Wir brauchen hier auch eine Medizin. Du kannst nicht schick sein. Nichts. 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 Schön, dass du dich kennst. Würdest du dich in die Gesichter gefangen oder auf deine Arten kippen? Nein. Es ist... Okay, schau. Wir sind hier gar nicht, wie es ist. Die Medizin war ein paar von den ersten Sachen, die rauskriegen. Das nervt, oder, ey? Ich will ballern hier und nicht quasseln, ey? Ich bin sorry. Wir sind nicht beim Kaffee gekrenzen am Sonntag. Alter, um 16 Uhr hier, oder was weiß ich. Ja, okay, sicher. Wenn du ein Platz finden kannst, um mehr Medizin zu bekommen, ich werde sicher, dass dein Freund ein Platz zu bleiben. Sein Name ist Ed. Ich weiß. Wenn du die Re-Supplung brauchen, bevor du rauskriegst, Schau. Ja, geht klar. Niemand meint, wenn wir was gemacht haben. Und du brauchst... Jetzt sammeln dich auch noch, du! So, Leute, wie war das hier? Was ist hier drin? Hier sind Kugeln drin. Da bringt es nichts, wenn ich keine Waffe habe, hier irgendwas mitzunehmen, oder? Hier ist eine Zelltower, hinter dem Schwein und Boven. Von da unten solltest du einen guten Blick auf die Stadt bekommen. Und vielleicht kannst du ein paar Plätze finden, um Medizin zu finden. Wie war das hier? Ach ja. Können wir jetzt klicken, ja. Ich bin nicht sicher, wie lange ich Rhein-Alanin habe. Ein Vorrat... Ja. Okay. Also ich nehme jetzt nichts mit, das ist... Nee, das ist mir zu blöd. Gut. Ups. Was ist jetzt eigentlich unsere Mission? Ach so, da steht es ja. Sondierung der Lage. Scheiße. Hurensohn. Ich habe gedacht, dass das auch der zu mir gesagt hat, Alter. Typisch. Vielleicht, wenn wir nicht nach einer inspirierten Bottle von Baby-Aspin und ein Kuss von Kostik, dann geht's los. Komm mit, halten wir den Rücken frei. Los geht's! Was ist unser Sit-Rap? Das ist doch, dass ich das nicht gehört habe. Was? 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 Mein zerstört das Polizei-Auto. Na, wir müssen jetzt aber den hier nehmen, weil... Komm, Pippi, komm. Ach, du steigst hinten direkt ein? Ah, okay. Wie sind wir alle in der Kirche eigentlich? Ich weiß nicht. Die Kirche ist einfach nur der Ort, die zu gehen, weißt du? Ende der Welt und all das? Dann haben wir angefangen, ihn zu hören, wie schlimm es war. Andere Leute versucht, ihn alleine zu gehen und es kamen. Jetzt kann ich ja die fette Karriere nehmen. Steht die noch? Ja! Komm! Jetzt geht's los! Woohoo! Beim Helden sah der besser aus. Zombie-Action! Oh! Was ist das? Was hat das Zeit... Ach, der ist in... in Gefahr? Nee. Hä? Was ist denn dieser Typ da? Auf meiner Karte. Oh, sorry. Oh, du hast keinen Kopf mehr. Hm, mach, egal. Was ist dieses Haus? Ich verstehe das alles noch nicht, ich... Ist egal. Komm, wir gehen ein bisschen töten. Das Haus ist voll mit Zombies, oder wie? Oh! Oh! Oh, hilf mir mal! Oh, sorry! Juhuuh! Oh, la 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 la... Was haben die zwei links da oben zu bedeuten? Diese durchgestreckenden Zombies, oder was das ist? Durchsuchen Achso, muss man gedruckt halten Das können wir auch noch irgendwie leiser durchsuchen Das war ja irgendwie hier Ich weiß nicht jetzt So, was haben wir? Oh, ein Wecker, ein Wecker Oh, ein Rucksack Klasse Gib her Wie war denn das jetzt? Achso Nice, was ist das? Erinnerungs-Hockey-Schläger Denger-Meisterschaften Gib her das Ding Wie wechsle ich den Rucksack? Zerstören, verwenden Yeah Hier kannst du die kleinen wiederhaben Oder ach, lass drinnen Ach, scheiß Ich hab gedacht, das war die Tussi, Alter, pass doch mal auf Das sieht ziemlich klar aus mir Suchen und zerstören Und beziehungsweise keine Zombies mehr in dieser Gegend Achso, jetzt haben wir das von Zombies befreit Ah Okay, das wusste ich nicht Von keine Zombies mehr, ja Wer bist denn du? Nachts sieht es doch ein bisschen düsterer aus Ja gut, ist klar Weil nachts ist es finsterer älter Oh mein Gott, oh mein Gott Was ist denn schon für Blödsinn sauber, ey Das kann doch nicht gut werden hier So, wir machen uns jetzt auf den Weg Warum leuchtet eigentlich mein Punkt da hinten noch? Das ist mein Wegpunkt Ich hab gedacht, das war mein Dings Ich bin noch leicht verwirrt, ihr merkt das Lass uns mal die Ersten hier umfahren Weil ich hab keinen Bock, hier die ewig kaputt zu kloppen Komm her, hier mit der Tür Boff So, aussteigen Leute Hier müssen wir jetzt hin Wie kann ich denn den, 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 äh Licht haben wir auch, gucken Wie kann ich denn den Ich hab das Spiel so lange nicht mehr spielt Wie kann ich denn den Schläger ausrüsten Das wird nicht funktionieren Du hast kein Gegenstand ausgewählt, ja Hallo Achso, da können wir den hier anmachen Ach ja, auf Tabulator So, ausrüsten Jo Hauen wir den jetzt Hat der den weggeschmissen? Ich raff das nicht, Alter Was macht denn der hier mit mir? Ach, das ist keine Waffe Ach, das ist keine Waffe Oder wie Beschädigt Jetzt hat er ihn ausgewusstet oder nicht Ah, guck mal einer Guck mal einer, schau So So, hier müssen wir jetzt hin Quetterer auf den Mobilfunkmast Okay Wo muss ich eigentlich auf diese Anweisung Wie komme ich auf den Mobilfunkmast? Über den Zaun? Ja, gut Jump Jump Ja, Leute Ich denke mal Die Ports werden unterschiedlich groß Weil ich glaube Das hängt von den Missionen ab Wie lange ich die Ports mache Und so weiter Mal gucken Kommt meine Tussi hier? Ich weiß nicht, ich kletter erst mal hoch Wenn ich das ja wie Geocaching hier Dann musst du auch mal deine Dinger hochklettern, oder? Du ne Päschers Weiter zur Aufklärung Ja, ja Hey, was ist das? Sieht so wie ein Vets-Office oder so Ja, R.M.T. Ja, ja, R.M.T. Also R.M.T. ist R.M.T. 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 Weil das ist ja von X-Fox R.M.T. Naja, gut ist ja geil Wir checken erstmal jetzt die Beule Du Leute hast noch Platz im Endeffekt? Meine Maus ist so schnell für das Spiel Ich schreibe Alan und Sam, um dich zu treffen Alan? G. Danke Alan! 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 Nein, es ist Steve! Steve, Steve! Punkt A 편 Du Blödsinn hier noch über! So, was ist denn jetzt hier? Das dauert aber auch, ey! Von wie er das alles schön sieht! Im, im Dunkeln.. Mensch! Der muss ja Adler Augen haben hier! Oder er hat den ganzen Tag nur Möhren gefressen, ich weiss nicht.. Was er ganzes Leben lang Hey! Ich denke dass dieses Platz in der Abwehr ist. Potenziale Heimatwase? Zombie-Horde? Ach, okay. Das Männchen heißt also Zombie-Horde. Ne, ich kann mal ja umfahren. Das ist ja kein Problem. Sind ja noch Autos da. Ich stelle nur nicht das Problem da. Waffenladen. Ah, das klingt schon mal gut. Fahrzeug. Automechaniker. Was ist da unten noch? Ein Auto. Ich glaube, das war's, oder? Haben wir alles? Da ist noch was. Achso, die Zombie-Horde. Ja gut, die wechselt ja immer. Die muss ja immer wieder neu erkennen anscheinend. Kneipe! Nein, da gehen wir zuerst rein. Hier ist noch irgendwas. Mission Tierklinik. Ja, tolle Mission. Ich habe auch keinen Hund. Ich habe gar nichts. Wo soll ich die Alte in die Tierklinik bringen? Ich weiß nicht. Ja, Leute. Ich denke mal, ich werde jetzt, äh... in Zukunft mehr Parts machen. Also schneller. Weil es hat ja verdammt lange gedauert, jetzt bis der dritte Party rauskam von mir. Weil ich, wie gesagt, nur am Streamen bin. Alles mögliche. Infestation. A.K.A. Aber sie, äh, Counter-Strike, und, und, und. Alles, was mir so viel Flinte kommt. Nether habe ich übrigens auch schon längst, das Spiel. Und habe ich auch noch keine Parts gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da mal einen YouTube-Part mache extra. Aber sonst will ich es, wenn denn bloß. Ich mache jetzt erst mal die Zombie-Platten. Die Zombie-Horde-Platten. So. Uh, er fliegt aber schön. Ob da das sie sehen? Sind die alle tot? Ne, ich wollte gerade sagen. Hey! Stopp, Schild. So. Die Karre ist leicht demoliert. Ihr wollt ja in die Kneipe. So, Leute, Kneipe, das muss man auskosten. Vielleicht hat da nochmal ein kaltes Bier hier. Mensch! So. Wo war denn die Kneipe? Safe storage? Ne. Wo war die Kneipe? Da ist sie doch. Rechts. Da ist sie doch schon. Oh, sie sind auch vor mir. Ja, das Auto macht Kracht, ja. Das lenkt, äh, lenkt die Zombies an. Äh, lenkt die Zombies an, Alter. Was sage ich denn? Das lockt die Zombies an. Und lenkt sie nicht ab. So würde ich sagen. Gucken wir mal. Ah, der Baukipper ist tot auf jeden Fall. Achso, geht das. Hm, hm. Immer auf den Kopf drauf. Denkt dran, ja? Wenn Zombie-Apokalypse ist, immer auf den Kopf. Immer aufs Hirn. Achso, was mache ich denn hier? Komm rüber. Ist das sein Ernst? Der Zombie kommt rüber, ich nicht, oder was? Jetzt haben wir's. Wir kommen in der Kneipe, gucken, ob noch ein Bier da ist. Ah, da steht doch noch was. Was willst du denn da durchsuchen, Alter? Der Schluck steht dir noch vor dir. Oh mein Gott, was macht der? Was ist das? Material-Resource. Die übrigen Materialien von ein paar Bauprojekten. Im Kühlschrank, na klar, warum nicht? Ähm. Ja, kann ich wieder. Ich bin aufgelistet. Ich sehe dich wieder in der Basis. Wir werden bereit sein. Hä? Die sind auch noch ein, ja. Schön. Schluck. Das aber als Bombe nimmt. Na ja gut, Zombie-Apokalypse. Ja, trotzdem muss man das laufen, ey. Das bleibt doch nicht aus. Guck mal hinten nochmal. Da ist noch ein Kühlschrank. Aber erstmal müssen wir ihn hier ein bisschen... Ja, komm her. Das ist doch geschlossen, Mensch. Hast du das Schild nicht gesehen? Gibt es noch keine Gedanken an unsere Offer, ja? Was ist das? Höhe der Ausdauer? Achso, das muss ein Snack. Ja, komm, gib alles her. Das Aufbrechen und die Kuh gedrückt. Ah, da ist eine Waffe drin. Ah, okay. Gut, es geht weiter. Ja, okay. Mit links alt nach Hause. Funke mit Leve. What? Achso, geht's nach Hause. Das ist Blödsinn. Ne. Das kostet heiß Kohle irgendwie, oder? Oh, oh. Oh, oh. Komm, jetzt musst du ein bisschen laufen. Steig einfach in das Auto. Steig ein. Achso, ich kann ja aufmachen. Stimmt, ich kann es vergessen. So. Wir folgen einfach, äh, der Karte. Also, dem Fall. Wir folgen einfach dem Fall. Ich sollte jetzt zwar irgendwie nach Hause, oder? Neun Aussichtspunkte entdeckt. Oh, Gott. Ich hab jetzt keinen Bock. Schön mit dem Pizza-Ding. Oh, 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 jetzt hat fast meine Leute umgefahren. Was habe ich gesagt? Keine Autos stehen überall herum. Lass uns das Show auf der Straße. Du bist der Neubi, also du kriegst einen Buss in die Tür. Die Tür wird weniger Geräusche. Oder hey, du könntest es wie ein total verdammt Idiot. Auf dich. Geh uns einfach rein. Los, geht los. Geh das. Ich muss eine Hilfe. Dein Inventar ist voll. Brüche ein, dein Inventar ist voll. Geht klar. Die Scheiben soll ich einschlagen. Okay. Die sind noch nicht ganz dort, ne? Okay, das ist ein bisschen... Warte mal. Ich brech einfach mal in die Tür ein, oder? Was? Was ist nicht so ernst? Ist egal, ich schlag die Scheiben trotzdem an. Okay, hopp zu it. Let's get this done and get the hell out. Try to keep the zombies outside, huh? And who the hell put you in charge? How about years of experience on the beat, huh? How's that grab you? I didn't realize the department of fish and wildlife counted as a beat. Laugh if you want. I'm still the only law enforcement officer on duty in this town. Yeah, and if we got to deal with any zombie trout, you'll be the first motherfucker I call. Goddamn motherfucking piece of shit. Oh, Zombie. Hole in the fucking runset. So tape it shut and keep loading. Ich mach ja schon. Komm, wir müssen die abwehren, weil wir müssen ja durchs... Oh! Komm, wir kloppen einfach mal ein bisschen rum hier. Was macht denn der? Wir haben geschlossen. Durch die Tür weggeknüppelt. Erkennt er nichts. Was ist denn das da? Sieht aus wie ein Scheißhaus. Oh, der Espresso gibt's hier. Kann man hier reingehen? Das ist egal. Man kann ja so vieles durchsuchen, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Alter, erschöpft. Oh, der Arme. Ich weiß gar nicht, dass ich das neu bin. Ja, komm, wir nehmen mir die Gurke. Was ist doch VW, oder? No cars. Hey, Dipschit. Ich versuche, du bist hier schick. Du kannst doch mal die Dinnerebellen. Komm, steig ein hier. Ach, der nicht. Damit Krankenschwester kalt macht. So kann man seinen Rucksack... Gut, es geht los. Wieso keine Autos, das raffe ich nicht. Ich lese den Text immer nicht, weil mir ist es zu blöde, wenn die dazwischen quasi nicht nur noch den Text lese. Ach, naja, gut. Egal. Lass uns einfach die Zombies killen. Beim Autofahren leckt sowieso immer. Und während der Aufnahme, das ist immer scheiße. Wenn du zu schnell fährst... 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 ...um es in den Autos zu nehmen. Macht es kalt, er liegt am Boden. Oh, da kommen... Ach, so ist ein Bus-Tor. Komm her, Fetty. Da können wir nicht lang. Das waren zu viele. Zur Not nehme ich einfach ein Auto und fähr die um. Wo ist das Problem eigentlich, ja? Lass den ja lauern, den Typen. Kommt ihr? Ja. Die sollen sich mal Teams... Vorhin... Na geht doch, ey. Vorhin... Gott dammit! Kommt, lass uns einen Rennen und die Scheiße nach Hause holen. Koppel mich! Mein Autos sind nicht gefährlich, ey. Kannst du alle umbrettern? Dieser Typ, ey. Geht den auf den... Komm, los geht's. Hat er Pech gehabt. Ups. Führ schon in dem Lotto übern, ey. So. Alan, ey? Ja. Er ist ein Sch***hörer, aber schau auf der breite Seite. Er ist nur ca. halb so stupide, wie er sieht. Plus, er ist nicht halb... Oh, das Auto sieht aber gut aus. Schön blutverschmiert. Klasse. Da sind wir doch schon. Vielen Dank für den Rennen. Wir nehmen es von hier. Jo. Kein Thema. Ich komm noch mal eine Runde mit. Hä? Warum ist der Punkt da? Achso. Wir haben dich recycelt für Phosphamide, Lilly. Ich habe dich nicht in diesem Methode gesehen. Hey, du sagst, wir haben Antibiotika für A. Relax. Wir haben diese auch. Was ist da passiert? Okay, okay, schau. Ich habe diese Kondition. Lupus. Es ist chronisch. Keine Kürze. Oh, er ist ein bisschen angepisst. Sie hat kein Auto voranfallen. Ist er auch schon wieder da, weißt du? Ich fahre mit einem Auto und er geht zu Fuß, aber er ist trotzdem schon da. Naja, gut. Ist okay. So viel Realismus ist dann doch, ja. Nichts für das Spiel. Obwohl das Spiel eigentlich gar keinen Realismus hat. Noch nicht. Man weiß ja nie, ob eine Zombie-Apocalypse kommt. Oh, was ist das? Zeugs. Ja, komm mal drauf. Was ist das eigentlich? Ach, 2000 Leute dieses Jahr, ich rufe die Zombies im Elchritter bei. Ach ja, die können wir bestimmt schmeißen oder so. Pack das mal hier alles rein. Den noch rein. Kann man das nicht verschieben? Na gut, ist egal. Ja Leute, das war jetzt ein kleiner Part. Wir sehen uns im vierten Part wieder. Ich werde mich bemühen, dass ich den so schnell wie möglich noch fertig mache. Und ja Leute, dann sehen wir uns. Ihr guckt auf noch meinen Stream, ja? Ihr guckt auf meinen Stream-Link. Den schicke ich unten in die Beschreibung rein. Oder beziehungsweise schreibe ich unten in die Beschreibung rein. Und ich hoffe es hat euch wieder mal gefallen. Wieder mal nach langer Zeit. State of Decay. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.